hallo und herzlich willkommen zurück beim minecraft endlich geht's weiter wir mussten leider eine woche pause machen i'm so sorry aber ich habe es einfach nicht geschafft aber jetzt jetzt habe ich es geschafft und kaum hat man samt aufgenommen ist der regen auch schon weg letzte episode hat es noch geregnet jetzt ist es hier sehr sehr schön okay also ich sagte ja wolle und so weiter das werden wir machen und was jetzt in den nächsten ein bis zwei episoden machen ich mache jedoch noch an der seite mache ich hier noch so eine ich mache das hier weiter ich mache es am verbreiter das wird gut das wird glaube ich ganz gut wir holen uns jetzt ganz schnell noch ein paar steine dafür und dann gehen wir auch die wolle die wolle geschichte an das kriegen wir glaube ich in relativ überschaubarer zeit irgendwie es geht mir nicht aus dem kopf ich hoffe ihr kennt das bleibt die staune komisch aber man sagt sowas nur so ja dass das ist okay und irgendwie ist es ja okay so hier dieser kleine weg das ist okay aber das wirkt zu mächtig im hintergrund und ja ich weiß nicht am ende sieht nichts aus und was ich jetzt meinte ist vielleicht kennt ihr das man man ist irgendwie fertig und denkt sich so gut jetzt nur so kann es bleiben und ja dann überlegt man sich ja aber vielleicht doch und es geht einem nicht aus dem kopf es will einem nicht aus dem kopf und so ist das hier mit der mit der brücke so schön gesagt ja so kann es bleiben ja ganz auch theoretisch aber es ging mir nicht mehr aus dem kopf ja okay dann brauchen wir ein paar mehr es ging mir wirklich nicht mehr aus dem kopf das zu ändern und ich glaube dann ist es auch ein super super zeit super zeit das zu ändern irgendwie ich hoffe ihr wisst was ich meine so 16 jahr zumindest dann könnte man mal die eine seite fertig machen dann muss man wieder auf die andere dann schauen wir nämlich mal es dauert ja auch nicht lang es ist ja hier ein überschaubares projekt so das und hier unten drunter können wir dann nämlich schön laternen machen die müssen ja wobei dann lassen wir das jetzt hier ne ich lasse die erde mal dran ich lasse die mal gerade dran das kommt weg solange es nur so schön hell ist dann machen wir das ein bisschen breiter theoretisch könnten wir auch das versuche ich jetzt auch gleich das ganze mal aus aus holz hier versuchen vielleicht lockert dass das so ein bisschen aus bis jetzt ist es ja doch eher so ein steinklotz also es ist ein schöner steinklotz aber halt ein bisschen klotzig und es wird dunkel das ist super warte wie ging das noch mal kaum ist man mal ein paar tage irgendwie hat man nicht gespielt also so geht es mir auf jeden fall ist das schon nehmen so gelb so war nackst schon hat man die basics vergessen wobei jetzt waren jetzt auch mehr als zwei tage wo ich nicht gespielt habe und davor hatte ich ja auch eine lange pause aber vielleicht suche ich auch nur ausreden wer weiß ein bisschen holz nehmen wir mit ja fast das wird nix das wird leider nix aber reicht's mal gucken na komm jetzt haben wir zumindest wieder etwas holz und können da diesen zaun drumrum bauen hier entlang dann einfach mal zu gucken vielleicht wirkt das ein bisschen schöner vielleicht aber auch nicht so lass mal schauen ist das auch zauern so das heißt auch zauern richtenholzzaun dass die tür das war die falsche taste so das so ich meine wir haben eh nur zwei da machen wir ja so das muss jetzt erstmal in keiner überlegung irgendeinen sinn machen dass ich hier tue aber ich habe auch im hintergrund im hinter im hinterkopf dass wir ja ein gutter bauen wollen und dann werden wir die brauchen die diese abschnitte wenn wir brauchen und mal gucken also die damen damit kann ich nicht leben da kann ich ja wirklich durch okay das schade aber nicht umsonst das war nicht nicht umsonst wir hätten es eh rumsetzen müssen bauen müssen etc und was mir bei solchen projekten immer ein bisschen durch durch den kopf geht ist wie die meisten wissen ich der der rom ist in der pflege und keine sorge ich werde jetzt hier niemanden doxen das gibt es ganz andere kollegen aber was ich erzählen will es ist vielleicht eine geschichte so vielleicht hilft dem ein oder anderen ja und zwar hatte ich eine ganz ganz liebe patientin wobei ich habe nur liebe patienten also ich konnte mich noch nie beschweren dass ich mir denken musste der oder der mit dem für mich der oder die mit dem komme ich nicht zurecht hatte ich noch nie und darüber bin ich auch sehr sehr happy bis jetzt habe ich immer einen zugang auf die eine oder andere art gefunden wie wir miteinander ausgekommen sind auf jeden fall muss ich bei solchen projekten und auch bei anderen das hat ja haar genau gepasst muss ich daran denken was meine ganz liebe patientin immer gesagt hat und zwar immer wenn sie mich gefragt hat wie geht es nicht so ein bisschen am strugglen war mal erzählt sich ja dann doch das eine oder andere private zumindest bin ich da so nicht nicht zu privat aber privat und 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 wenn man dann mal sagte oh ich würde halt mal gern irgendwie in urlaub oder ich würde gerne weiß ich nicht ne dies das jenes machen und geht nicht weil weiß ich nicht gerade kein geld keine zeit ist so viel arbeit und da hat sie immer gesagt ähm das dass das so ein problem unserer zeit eigentlich ist ne wir wir wollen immer alles aber wir wie soll ich sagen wir können nicht immer alles wollen 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 wisst ihr was ich meine und irgendwie hat sie recht also wir wir wollen immer alles und so das maximum und irgendwie ja haben wir ja auch irgendwie ein recht guck sieht besser aus glaube ich ich glaube es sieht besser aus aber auch von der seite das das wird gut glaube ich aber man muss nicht immer alles wollen was man haben kann ähm urlaub ist jetzt vielleicht ein schlechtes beispiel aber weiß ich nicht immer den neuesten fernseher immer die neueste playstation immer das neueste game ähm klar wenn das geld da ist und alles ne gönn dir niemand hält dich auf aber manchmal struggelt man ja schon so mit sich selber wenn man an so einem gewissen Minimum ist ne kann ich mir jetzt nicht leisten und dann fühlt man sich schlecht und du ist es okay das 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 wollte sie mir glaube ich einfach damit sagen es ist okay auch mal was einfach nicht zu machen nicht zu haben dass es halt nicht geht Punkt und äh oder es halt einfach ja ja nicht zu haben ne ja ich wiederholen mich es tut mir leid und das möchte ich so ein bisschen ne so ein bisschen mehr bedacht zur zur situation oder zur zum moment den man halt gerade hat das das würde uns glaube ich immer mal gut tun ne nicht immer die hat's hinter dem nächsten Kick so gesehen ähm dass das wird uns das bringt uns glaube ich auf Dauer nicht weiter sondern auch mal akzeptieren dass es so schön ist so wie es ist ne oder dass man einen kleineren Urlaub halt macht und dass das auch toll sein kann dass das nicht immer um die halbe Welt gehen muss auch wenn ich das alles natürlich verstehen kann ich hoffe ihr versteht was ich meine ich hoffe ihr versteht's ähm ja da muss ich immer mal dran denken gerade wenn das jetzt wie gesagt das ist nicht der richtige Zusammenhang eigentlich aber gerade wenn ich mir jetzt hier sowas denke Minecraft das ist ich lieb's halt ne es ist wirklich ein tolles Game und ich habe echt sehr 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 viel vor aber es überfordert einen auch und ich finde irgendwie passt es dann auch mal ganz gut hier drauf wenn ähm wenn es dann heißt ja nicht immer alles wollen was möglich ist sondern erstmal sich auch mit dem zufrieden geben was man hat vielleicht oder nur mal kleiner denken und dann kann man ja immer noch ne es nimmt einem keiner was weg das ist alles völlig in Ordnung völlig in Ordnung völlig in Ordnung also völlig okay ähm ist das ein Kessel ne ich brauche einen prima eigentlich ah ok aber so ungefähr hatte ich's weil wir brauchen Wasser da oh Gott ganz da unten ne na dann gehen wir mal Wasser holen ähm fürs Beet ne also wegen Wolle und so ihr erinnert euch nur dass ich euch da gedanklich auch mitnehme gerade was ich jetzt hier mache da oben kann es ja weiter vorsichtig hinschmelzen ähm ja ich muss öfter an sie denken war total lieb und ähm ja immer sehr sehr bemüht dass es allen gut geht und es hat ihr immer sehr leid getan dass man dass viele in so einer Hatz hinter etwas her sind was vielleicht gar nicht gar nicht so wichtig ist ne gar nicht notwendig ist und dabei den Moment vergessen und wie schön es eigentlich ist und ähm ja ja und irgendwie hat sie recht sie hat auf jeden Fall recht aber wir leben auch in der Zeit wo es wo wir es halt easy peasy auch also wo wir alles erreichen können ne willst du heute nach Japan fliegen klar kein Problem ist eine Frage des Geldes kein Problem ist so nicht richtig aber ja aber das das ist dann nur in Anführungszeichen das Problem oder willst du irgendwo anders hin und so ne also das ist alles nicht nicht so das Problem wie es vielleicht früher gewesen wäre es ist heute alles greifbarer und sicher leben wir auch in einer unsicheren Zeit und da will ich jetzt auch gar nicht so ne soll ja hier cosy bleiben aber wir können schon viel ne wir können schon viel haben Problem ist immer nur das Geld ne das aber es gab ja oba gab auch Zeiten da war das Geld natürlich immer ein Problem aber nicht nur ne dass es auch Sachen einfach nicht gab das hast du ja heute gar nicht mehr oder zum Beispiel Spiele ist glaube ich ein ganz guter gutes Beispiel früher hattest du Spiele halt im Geschäft gekauft und wenn es da war war es super und wenn es nicht da war hast du das Spiel nicht gehabt heute musstest du es ja nur noch runterladen ne also eine limitierte ähm Version von weiß ich nicht Minecraft online ne macht ja keinen Sinn dass es da nur 10 Stück gibt oder so allein das hast du ja und das kannst du auf vieles glaube ich ausweiten ähm auch wenn sich's wo hab ich das denn jetzt hingebaut ähm 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 hallo ich hoffe es hört sich nicht zu lost an so und ach hier ja ich brauch noch eins ne ach dann gehen wir nochmal komm war gerade so schön ich hoffe es hört sich nicht zu lost an und ähm ja und ihr ihr könnt mir so ein bisschen folgen bei dem was ich was ich euch näher bringen möchte aber es fällt mir auch selber äh echt schwer um bei Spielen zu bleiben eine Pile of Shame ist ist riesengroß und eigentlich wenn man so zurückdenkt hätte ich mir die Spiele erstmal gar nicht kaufen brauchen weil ich also ich hab Spiele die hab ich seit Jahren in der Bibliothek hab ich damals gekauft für viel Geld und äh gibt's heute für ein Appel und ein Ei musste ich haben und nie angefasst einfach nie angefasst aber ich wollte unbedingt die Möglichkeit haben weil musste ich damals ne ja ich glaube aber ihr ihr kennt das kennt ihr alle und meine Bibliothek ist echt peinlich groß gut mach auch Content damit ne es war nicht seit Ewigkeiten ok jetzt passt es aber zwar nicht schon äh seit Ewigkeiten aber ich hab schon immer Spaß am an den Games gehabt und äh durch die ganzen Horror Games ähm ihr wisst vielleicht oder einige wissen die mich von Twitch kennen dass äh wir immer Indie Horror Games spielen jetzt mal noch nicht schlafen ne Indie Horror Indie Horror Games äh spielen wir und ja da geht halt mal so ein Spiel so eine Stunde zwei und dann hast du auch eben mal in so einem Stream vielleicht zwei drei Spiele und das mal über ein Jahr gerechnet oder zwei da kommt schon dann was rum ne an an Spielen man möchte ja jetzt auch nicht so fies sein und nach einer Stunde nur weil das Spiel vorbei ist und Steam das theoretisch erlaubt das wieder zurück geben ich möchte die Entwickler auch unterstützen weil da sind teilweise so gute Spiele dabei Leute gebt mal gebt auch mal Horrorspielen ne Chance ich versuch das auf jeden Fall immer möglich zu machen ähm ähm dass man bei mir Horror Games genießen kann auch wenn man ich sag mal ängstlicher ist und dann nicht immer so einen Gefallen drin findet aber ich glaub ich mach das ganz gut gibt auch dem mal gerne ne Chance böse Eigenwerbung böse Eigenwerbung wo ist das noch na wir probieren es komm das hab ich schon und die Reihe noch ne zumindest ist das äh stoße ich da auf positive Rückmeldung äh hier und da und äh ja also ich würde mich würde mich natürlich freuen wenn ihr einfach mal vorbeischaut und eben ne Möglichkeit Hobby Gärtner komm wir haben noch davon noch mehr